Hallo, was machen Sachen? Habt ihr schon mal was von einem Artfight gehört? Ich finde das ja eine ganz coole Sache und ich mache auch dieses Jahr mit und es gibt irgendwie viel zu wenige in meinem Wunstkreis, die da mitmachen. Deswegen wollte ich einfach mal darüber informieren, dass sowas existiert. Ein Artfight ist jetzt ein jährliches Event, das jeden Juli stattfindet. Und wie gesagt, dieses Jahr mache ich auch mit. Es ist ein internationales Event. Ich verlinke euch natürlich auch die Seite, wo ihr euch anmelden könnt, unten in die Beschreibung. Und ich will mal kurz erklären, worum es geht. Es ist eine ganz coole Sache. Es ist auch vollkommen egal, welchem Skill Level ihr seid. Es geht einfach nur darum, gemeinsam als Künstler ein bisschen Spaß zu haben und einfach mehr zu schätzen, was man so gemacht hat. Und ja, so. Aber worum geht es denn jetzt eigentlich? Was ist jetzt eigentlich so der grobe Leitfaden? Was ist der Punkt? Was wird gemacht? Warum fight? Also um ganz groben, um es ganz grob zu sagen, wird man einem Team eingeteilt. Momentan gibt es Team Werwolf gegen Team Vampir. Man kann sich, weil es jetzt schon zu spät ist, wie gesagt, startet es jetzt am Samstag. Kann man sich nicht mehr aussuchen, wo man hin will. Early Access konnte man sich aussuchen, wo man hingeht. Momentan wird man, wenn man sich anmeldet, am ersten random einem Team zugeteilt und man muss gegeneinander kämpfen. Aber wie kämpft man denn jetzt miteinander als Künstler? Geht ganz einfach. Jeder hat eine kleine Seite, wo er sich halt vorstellen kann. So eine private Seite, wo man, wie gesagt, man kann sich vorstellen. Man kann sein Social Media verlinken und man kann Charaktere präsentieren, die man halt, äh, ja, ausstellen möchte, die halt angegriffen werden können. Es sind halt wichtig, die Charaktere. Das müssen eure Charaktere sein. Heißt, ihr müsst die selber entworfen haben. Die dürfen nicht von jemand anderem entworfen sein. Ausnahme natürlich, wenn alle Rechte euch übertragen wurde. Wenn ihr zum Beispiel, ähm, ja, irgendwie ein Modell erworben habt, den Charakter erworben habt, irgendein cutes Tier oder sonstige Sachen adoptiert habt, das gibt's ja auch. Man kann ja eine Art Adoptes machen. Wenn euch die Rechte gehören, dürft ihr natürlich auch machen. Wichtig hier, es wird auch in den Regeln nochmal erwähnt, ihr dürft keine Charaktere nutzen, die unter Copyright oder Trademark stehen. Also alles, was in einem Film vorkommt, in einer Serie vorkommt, in einem Buch vorkommt, ist nicht erlaubt. Egal, ob es jetzt als eigener Charakter gezählt wird, also ob ihr den präsentiert oder ob ihr den in einer Attacke nutzt. Ist ein No-Go, ist verboten, dürft ihr nicht machen, Copyright und so. Ich erwähne das nochmal explizit, weil ich, äh, das Thema Copyright letzte Zeit sehr oft ansprechen musste. Eventuell werde ich mal ein Video drüber machen, weil so viele sich nicht damit auskennen und sich eventuell in echte Probleme manövrieren. Gerade in Deutschland haben wir dann doch ein bisschen härtere Richtlinien, was das angeht, also müsst ihr echt aufpassen. Der eine oder andere meiner Kollegen ist letztens ziemlich böse auf die Schnauze gefallen und war froh, dass er seine Sachen runternehmen musste und keine Kohleblechen musste. Also, Obacht hier, aufpassen. So. Gut. Ihr werdet, wie gesagt, einem Team zugeteilt und wir kriegen Punkte, indem wir das andere Team angreifen, indem wir den Charakter von einem Zeichnen. Also, ihr geht auf eine Seite. Ihr geht zum Beispiel auf die Seite von Timmy und der hat seine Charaktere unten. Ihr sagt, okay, hier unten ist so ein cuter Charakter, den möchte ich zeichnen. Ihr zeichnet den und ladet das als Angriff hoch, verlinkt Timmy und gibt ein bisschen an, was ihr da gezeichnet habt. Ist es eine Zeichnung? Ist es ein 3D-Modell? Habt ihr irgendwas gebastelt? Etc. Ist vollkommen egal, was ihr macht. Und, äh, ladet das hoch. Das wird natürlich kontrolliert, also, ihr könnt da kein Bullshit angeben. Ihr könnt als Künstler generell auch auf anderen Seiten rumgehen und gucken, was andere Leute so gemacht haben und könnt auf Angriffe auch selber nochmal Punkte vergeben und kontrollieren, ob das so stimmt, was da gesagt wurde. Gibt natürlich auch Moderatoren, die gucken, ob da kein Bullshit gemacht wurde. Und für alles das, was ihr gemacht habt, kriegt ihr Punkte. Also, euer Team kriegt Punkte für das, was ihr gemacht habt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Punkteverteilung ist. Also, für was es wie viele Punkte gibt, das weiß ich leider nicht. Das habe ich auf der Seite nicht gefunden. Ist an und für sich eigentlich auch egal. Ist jetzt eigentlich zweitrangig, finde ich. Es geht ja einfach mehr darum, dass man einfach ein bisschen Spaß zusammen hat. Ja, wie gesagt, ihr greift dann halt einfach mit einer Zeichnung den Charakter von einem an. Und dafür gibt es Punkte. Und am Ende des Monats hat das Team gewonnen, was die meisten Punkte hat. Ihr könnt euch natürlich verteidigen. Geht so. Wenn ihr einen Angriff bekommen habt von, keine Ahnung, Timmy wurde jetzt von Julia angegriffen. Dann kann Timmy als Verteidigung einen Charakter von Julia zeichnen. Das kann hin und her gehen. Es kann richtige, ja, richtige Kettenangriffe geben. Ihr könnt aber auch sagen, nee, mache ich jetzt nicht. Ich greife irgendjemand anderen an. Ist auch vollkommen okay. Es ist keiner dazu angehalten oder es ist keiner dazu verpflichtet, einen Angriff auch zu verteidigen. Also, nur weil ihr angegriffen werdet von jemandem, müsst ihr nicht zurückangreifen. Ihr könnt. Viele machen das ganz gern, aber es ist keine Pflicht, dass man das macht. Falls euch jemand nerven sollte, dass man doch unbedingt zurück angreifen sollte, dürft ihr das melden, weil es ist verboten. Das darf man nicht machen. Man darf einen da nicht nerven, dass man unbedingt einen Angriff zurücknehmen darf. Man darf auch kein Geld dafür verlangen, dass man angegriffen wird oder verteidigt wird oder sonstige Sachen oder dass man jemand anderen angreift. Also, das ist auch nicht erlaubt. Das hatte ich lustigerweise von der Freundin erfahren, dass sie halt bezahlt werden sollte, dass sie halt jemand anderen angreift. Fand ich ein bisschen seltsam, aber auch das ist nicht erlaubt. Ihr könnt, wenn ihr Künstler seid und sagt, okay, generell habe ich ja Commissions und so weiter. Ihr habt eine persönliche Seite, da könnt ihr euren ganzen Social Media Quatsch verlinken. Ihr könnt beschreiben, wer seid ihr, was tut ihr. Ihr habt Commissions, ihr nehmt generell Commissions an. Das dürft ihr alles verlangen. Also, alles verlinken. Das, was auf eurer persönlichen Seite da steht, ist eigentlich vollkommen Wurst. Es darf halt nicht 18 plus sein, weil es gibt auch Binderegel, die auf der Seite sind. Generell dürft ihr erst mitmachen, wenn ihr 13 seid. Also, alle unter 13 dürfen leider nicht mitmachen. Ist generell eigentlich eine Regel, die für Social Media gilt. Man hält sich halt nur nicht unbedingt da dran, weil ich schon mal kurz erwähnt habe. Ja, und wie gesagt, da gibt es ein hin und her. Und es geht den ganzen Monat lang und am Ende hat das Team mit den meisten Punkten gewonnen. Wie gesagt, es ist auch vollkommen egal, welchen Skill Level ihr seid. Ihr könnt halt schon sagen, okay, ich bin ein richtig guter Künstler, ich habe das voll drauf. Oder sagen, ja, okay, ich kriege ein Strichmännchen hin. Ist vollkommen egal. Macht einfach mit. Ihr müsst auch nicht zeichnen. Es ist alles erlaubt. Ihr könnt zeichnen, ihr könnt was basteln, ihr könnt ein 3D-Modell machen, ihr könnt was animieren. Ist vollkommen Wurst. Ihr könnt immer mitmachen. Auf eurer Seite könnt ihr dann halt auch eure Charaktere verlinken. Darum geht es ja. Man soll den Charakter von jemand anderem zeichnen. Wenn ihr einen Account angelegt habt, könnt ihr euch eine persönliche Seite quasi selbst gestalten und unten drunter werden Charaktere verlinkt, die ihr halt da bietet zum Angriff. Eure eigenen Charaktere. Ich habe ein paar meiner Charaktere natürlich schon bereitgestellt. Wer Bock hat, ich habe meinen Account auch und die Beschreibung gemacht. Vielleicht hat ja einer Bock, mit mir zu kämpfen. Sagt, ich mache mit. Ich fand das eine coole Idee. Vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der mitmacht. Vielleicht ein Feind, vielleicht ein Freund. Ich weiß ja noch nicht, welches Team ich bin. Das kriege ich erst am ersten gesagt. Und ja, ich wollte einfach nur mal gucken. Vielleicht will ja jemand mitmachen. Sagt, ist eine coole Sache. Ist eigentlich ganz schön, dass man sich als Artist einfach mal untereinander macht. Hat was von einem Art-Trade? Wer das schon mal gehört hat, es ist in die Richtung nur halt in einem kompletten internationalen Event. Was ich noch sagen möchte, die Seite an sich ist auf Englisch. Ist aber nicht so schlimm, wenn ihr kein Englisch könnt. Ihr seid im Internet. Ich weiß nicht, warum man das immer wieder sagen muss. Ihr dürft einen Übersetzer benutzen. Nutzt von mir aus den Google-Übersetzer. Dann habt ihr grob eine Ahnung, was gemeint ist. Wenn ihr ein bisschen besseren Übersetzer haben möchtet, kann ich euch DeepL empfehlen. Den verlinke ich euch natürlich auch unten in die Videobeschreibung. Ist kein Sponsor oder so, aber ich mag die Seite selber. Der Google-Übersetzer ist manchmal ein bisschen weird. DeepL funktioniert ein bisschen besser. Es wirkt professioneller und funktioniert meiner Meinung besser. Man kann auch einzelne Passagen austauschen, wenn man das Wording nicht so ganz rafft oder versteht oder nicht schön klingt. Falls ihr selber mal was übersetzen möchtet. Der ist unten verlinkt. Und ja, dann hoffe ich, vielleicht findet sich der ein oder andere, der da auch Bock zu hat. Und was ich noch sagen möchte, was ich gefunden habe auf der Seite, was ich eigentlich super finde, man kann auch dort Leuten direkt followen, wenn man jemanden mag, wenn man halt den Arzt da lieben mag oder generell jemanden mag, wenn ein Freund ist oder was weiß ich. Man kann Leuten followen. Die Seite bleibt online. Die bleibt das ganze Jahr online. Es wird dann halt immer wieder jedes Jahr ein neues Event gestartet quasi. Und alles, was ihr vorher gemacht habt, bleibt natürlich da. Ihr könnt auch Bookmarks setzen. Das heißt, wenn ihr jetzt schon durchguckt, wer da so alles online ist und ihr sagt, oh, der Charakter, den will ich zeichnen. Der ist irgendwie cool. Der ist niedlich. Den finde ich irgendwie klasse. Könnt ihr euch einen Bookmark setzen. Das ist ein extra Haken beim Charakter. Und dann markiert ihr euch den. Derjenige, dem der Charakter gehört, kriegt das nicht mit. Das wird nämlich gesagt. Das ist nur ein Zeichen für euch. Und ihr könnt da ein bisschen später einfach mal durchgehen und sagen, okay, ich gehe meine Bookmarks durch. Wen habe ich denn so da? Und könnt ihr euch da einen Charakter aussuchen. So könnt ihr ein bisschen vielleicht vorab ein bisschen filtern, wen ihr zeichnen möchtet. Vielleicht findet ihr Inspiration, die euch gefallen. Oder auch für irgendwann mal später, wenn ihr einfach ein bisschen Inspiration braucht, dass man so zeichnen könnte. Kann man sich vielleicht Farbgebung, Charakterdesign etc. mal ein bisschen inspirieren lassen. Ich meine jetzt halt nicht stupide Abpausen. Das ist jetzt nicht gemeint. Mehr so Referenz. So Farbgebung, Spezies. Würde man vielleicht einen fluffigen Hund malen oder so weiter. Das ist halt auch für später eine coole Sache, wenn man halt mal nicht weiß, was man machen soll. Da kann die Seite immer noch aufgemacht werden und geguckt werden. Ich werde vielleicht die Seite öfters mal nutzen und random irgendwelche Charaktere machen. Auch später nach dem Event. Wenn man sich so ein bisschen inspiriert. Was ich auch noch sagen möchte, apropos Abpausen. Es gibt natürlich ein paar Regeln. Die meisten Regeln lest ihr euch selber durch. Das meiste so generell so Sachen, die man halt einhalten muss, wenn man normaler, funktionierter Mensch in der Gesellschaft ist. Eine Sache will ich noch kurz erwähnen. Es geht halt noch mal ums Copyright. Das ist ein Punkt, den musste ich jetzt öfters unter verschiedenen Bedingungen mit verschiedenen Leuten ansprechen. Nutzt nur Charaktere, die euch gehören. Keine Charaktere, die jemand anders gezeichnet hat oder aus einer Serie oder so weiter kommt. Die haben hier auch nichts verloren. Auch generell, wenn ihr online was macht, versucht das zu meinen. Gerade in Deutschland müssen wir da halt echt aufpassen. Ein paar Leute, die ich kenne, sind da echt böse auf die Schnauze gefallen. Die waren dann froh, dass sie halt wirklich nur die Sachen vom Internet runternehmen mussten und keine Geldstrafe zahlen mussten. Passt da halt wirklich auf euch auf. Bitte, bitte. Ich will nicht, dass jemand Ärger kriegt. Und auch wenn ihr mitmacht, ihr dürft natürlich keine Sachen stupide abpausen. Für Zeichnungen sind keine Bases erlaubt oder halt ständig halt abpausen oder halt das Wiedernutzen von Sachen. Bei 3D-Sachen sieht es ein bisschen anders aus. Da darf eine Basis genutzt werden, wenn sie denn halt verändert wird, wenn sie angepasst wird. Auch da dann Credits geben, wenn ihr Sachen nutzt, die euch nicht gehören. Jetzt bei einem 3D-Artist, wenn er sagt, okay, ich nehme eine Basis aus Veroid oder von keiner Ahnung wo. Gebt dann an, wo die her ist. Ist die aus Veroid? Habt ihr die irgendwo gekauft? Habt ihr die von irgendjemandem geschenkt bekommen? Etc. Müsst ihr angeben. Auch wenn ihr in Photoshop, Paint Tools sei oder sonst was, äh, Crushes benutzt, den Preset Crush benutzt und irgendwie Stempel oder so weiter habt. Die sind auch erlaubt bis zu einem gewissen, ja, bis zu einer gewissen Menge. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen kompletten Wald aus Stempelbäumen macht, ist das natürlich nicht erlaubt oder halt, es wird nicht als Hintergrund gezählt, sondern halt als einfarbig oder als kein Hintergrund, weil es ist halt, es ist jetzt nicht das, was ihr gemacht habt, sondern ihr habt einfach Stempel benutzt. Es ist nicht genug Eigenleistung vorhanden. Ich sage, ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte für was es gibt. Das meiste ist auch noch mal auf der Seite schön detailliert erklärt, mit bunten Bildern und so weiter. Das ist jetzt für das Video zu lang, weil ich quatsche schon über zehn Minuten und habe quasi noch nichts von den Regeln erzählt. Geht auf die Seite, guckt euch ein bisschen an, informiert euch ein bisschen, wie das, äh, ist. Von wegen, was, was zählt als Sketch, was zählt als ne, einfarbig, was zählt als kompletter Render, was ist, was darf ich nutzen, wenn ich 3D Stuff mache, was darf ich nutzen, wenn ich Animationen mache, wie muss ich was bewerten? Ihr müsst es ja natürlich selber angeben. Das wird auch kontrolliert, also ihr könnt keinen kompletten Quatsch angeben. Mods sind unterwegs, die kontrollieren das. Auch andere Spieler sind unterwegs und gucken an, was andere so tun. Ihr könnt auch, äh, als Spieler ein bisschen gucken, was die anderen so gemacht habt und auch da nochmal Punkte verteilen und sagen, ja, das passt schon so, das ist richtig angegeben, da wird es nochmal extra Punkte geben, der hat sich ja richtig Mühe gegeben, etc., etc. Und es geht einfach darum, einfach miteinander zu interagieren. Wenn ihr Bock habt, schließend das Schluss, könnt ihr auch Freunde finden, ihr könnt einfach mit den Leuten quatschen. Ist auch erlaubt. Nachrichten senden und so. Vielleicht findet sich ja der ein oder andere einfach eine Freundschaft. Wer weiß, wer weiß. Lasst uns einfach gemeinsam ein bisschen Spaß haben und falls einer mitmachen möchte, wie gesagt, mein Stuff ist unten verlinkt, vielleicht will ja einer mitmachen, vielleicht ist ja einer in meinem Team, wenn wir dann am ersten sehen, dann freue ich mich schon drauf. Und wenn das ganze Event fertig ist, werde ich natürlich daraus ein Video machen. Ich werde zeigen, was ich gemacht habe, wer mich angegriffen hat und so, so, so ein kleines Highlight-Video draus machen. Wird wahrscheinlich nicht sonderlich langweilig, ähm, zeitlich nicht so viel hab, weil neben Arbeit, Aufregung und so weiter bleibt nicht so viel Zeit. Aber ich werde mir Mühe geben, möglichst viel zu zeichnen. Und, äh, jetzt hab ich's aber auch. Dann hoffe ich. Wir sehen uns vielleicht im Event. Und wenn nicht im nächsten Video. Bye, bye! Bye!